Hier ist Saarland Fernsehen 1 und 2 und heute geht es um das Thema Abnehmen, Gesundsein und Wohlfühlen im Jahr 2018. Hier ist die Frau Hohmann. Hallo. Hallo, guten Tag, ich grüße Sie. Wir sind im Saarparkcenter in Neunkirchen. Es ist grau und grau, das heißt die Gefühle spielen ein bisschen verrückt. Die blauen Anteile sind natürlich gleich null. Ich halte mal kurz hier rein. Das heißt, die Leute fühlen sich insgesamt ein bisschen unwohl und so weiter, usselig, es regnet oft. Kennen Sie das? Das kenne ich sehr gut und das kenne ich auch von meinen Kunden, aber dagegen habe ich ein Mittel. Genau, da gehen wir jetzt mal kurz rein ins Saarparkcenter, machen mal auf. Hier ist montags bis samstags von 9.30 Uhr bis 20 Uhr auf. Haben Sie auch auf hier in der Zeit? Wir haben durchgängig geöffnet, ja, von montags bis samstag immer von 9 Uhr bis 20 Uhr, ja. Prima, so und wenn man jetzt hier vom Platz reingeht, hier ist der Vielmann, sage ich jetzt mal, hier ist die Apotheke daneben. Das ist natürlich ein toller Partner, so eine Apotheke daneben, oder? Durchaus, ja. Wir ergänzen uns ganz gut, ja, schon. Genau, denn es gibt ja ganz viele Dinge, die man im Reformhaus kriegt, die, ich sage mal, schon ziemlich beratungsintensiv sind und erklärungsbedürftig. Und das Reformhaus Escher gibt es ja über 40 Mal, oder? Über 40 Mal stimmt nicht, nee, also 33 Mal sind es. Über 30 Mal, genau, richtig, ja. So, und Sie sind jetzt hier stellvertretend für alle Reformhaus Escher dieser Welt, ja, stellen uns heute mal was vor? Ich stelle heute vor die Schödeberger Schlankheitskur, wobei ich den Namen Schlankheitskur immer so ein bisschen schade finde, die kann so viel mehr als nur schlank sein. Man nimmt aber nicht zu. Nein, nein, man nimmt davon ab, ja, aber es ist einfach eine Entgiftungskur, es ist der Frühjahrsputz von innen für den Körper. Super, die steht wo? Die habe ich zum einen hier unten. Genau, da ist sie. Genau, hier, also so sieht sie abgepackt aus, bei uns im Eingangsbereich. Da ist alles drin, was ich brauche. Da ist alles drin, was man braucht für 10 Tage. So, und die Kollegin hat es jetzt mal gerade aufgebaut, mal gucken, ob sie schon fertig ist. Sieht gut aus, so langsam. Und hier ist der große Ständer sogar off-roll. Sie haben ja keine Kosten und Mühen gescheut, um uns das jetzt hier darzustellen. Selbstverständlich nein. Toll aufgebaut, muss ich ja mal sagen. Denn das Thema Deko, was fürs Auge, macht ja auch was her, oder? Das gehört dazu, das ist ganz klar. Und der Kunde kann es auch nur als sympathisch empfinden, wenn er es sieht. Mit so einer viereckigen Kiste kann ich sehr wenig anfangen. Ich muss sehen, was drin ist. Ich muss es begreifen können, was das Ganze mit mir machen soll. Genau, hier darf man auch anfassen. Ganz viele Sachen darf man auch mal probieren. Ja, hier vorne wird doch gerade was aufgebaut. Da kommen wir gleich zum nächsten Dreh, aber das machen wir später. Hier kann man mal Probe trinken. Wie schmeckt das Ganze denn? Weil klar, die Heilung setzt dann oder was auch immer setzt er erst später ein, wenn man es mehrfach macht. Aber man kann erst mal gucken, schmeckt mir das überhaupt. Wir haben ja Verkostungsaktionen ganz oft. Also immer irgendwas bei uns im Laden wird verkostet. Und von daher kann man sich schon doch immer ein gutes Bild davon machen, was sie so verkaufen. Genau, jetzt nehmen Sie doch mal die Zeitung in die Hand, denn Sie haben in Ihrem Laden kostenlos zum Mitnehmen. Genau. Ein Reformhauskurier. Und das ist der vom Januar 2018. Hier steht leere Teller nicht mit uns, wie Sie abnehmen können, ohne zu hungern, mit tollen Schlankrezepten. Aber da ist natürlich auch die Kur drin. Genau, also die Kur ist mit beschrieben, aber auch ganz tolle Rezepte. Genau, also jetzt mal kurz zeigen in die Kamera. Ist das echt kostenlos? Das darf man sich einfach mitnehmen? Ja, das darf sich jeder gern mitnehmen. Es sind also wirklich tolle Tipps für die Körperpflege mit drin. Es sind tolle Tipps mit drin. Also hier... Ich muss sagen, das Layout hat sich geändert, oder? Es ist moderner geworden. Es ist moderner geworden. Es ist informativer von der Aufmachung her geworden. Interessanter, so ein bisschen zeitgemäßer. Es lockt mehr, genau, zum Mitnehmen. Dann sind Sie aber so nett und stellen mir mal die Box von der Schönheitskur, von der Schlankheitskur mal kurz in die Kammer rein. Bisschen schräger, genau. Das ist ein Set, da sind einige Sachen mit drin, da kommen wir gleich drauf hin. Aber wenn ich das so in dem Henkelmann hier mitnehme, liebe Männer, schenkt das nicht eurer Frau, das gibt Haue. Aber liebe Frauen, ihr könnt es euren Mann schenken, ja, das ist nämlich so, oder? So ungefähr, wobei mittlerweile auch viele Frauen, denke ich, doch sehr froh wären, das geschenkt zu bekommen. Also die sind nicht sauer, die Frauen, wenn sie sagen, hey, du könntest mal ein bisschen abnehmen? Nee, weil es eigentlich wirklich was ist, was im Frühjahr ganz aktuell ist. Für Mann wie für Frau, wir machen zu Hause unsere Wohnung sauber, wir nehmen die Gardine runter, also so richtig rund umputzt. Und das muss ich auch im Körper machen. Super. Und das funktioniert damit. Was ist da drin alles? Also es ist eine Kurpackung für 10 Tage. In der Kurpackung ist mit drin Artischockensaft. Artischockensaft mit den Bitterstoffen, die mit drin sind, anregend für die Leber zur Entgiftung, damit die ganzen Giftstoffe freigesetzt werden, damit die ganzen Giftstoffe sich lösen. Und das ist dann der Brennnesselsaft, der ist auch mit drin, genau, aus dem Körper raus transportiert. Also Brennnessel hat ja diese ausschwemmende Wirkung, kennt man. Aha. Aha, okay, kennt man nicht. Kennt man das? Ich kenne es jetzt, okay. Also Brennnessel hat eine ausschwemmende Wirkung, ja, und ist was, was man tatsächlich einsetzen kann, um Gifte aus dem Körper rauszutreiben, auch um das Blut wieder aufzufrischen. Okay. Dann ist mit drin der Kartoffelsaft. Kartoffelsaft liefert ganz viele basische Mineralstoffe. Hatten wir eben im Video. Hatten wir schon, genau. Basische Mineralstoffe sind super wichtig, um diesen Ausgleich im Körper zu halten. Das sind die drei Wirkstoff-Säfte, die sind in allen Packungen gleich. Dann gibt es zwei unterschiedliche Geschmacksvarianten. Es gibt das Ganze einmal, so wie ich es hier stehen habe, als die fruchtige Variante mit unserem Top Vital Möhrenmangosaft. In dem Möhrenmangosaft ist auch noch Topinambur mit drin. Topinambur. Was? Topinambur. Topinambur. Das ist eine Knolle, die schlicht und ergreifend im Magen aufkühlt. Man hat etwas weniger Hunger dadurch. Oder es gibt die Geschmacksrichtung Würzig oder Klassik, nennt sie sich. Das ist unser Fast-So-Fit, das ist ein gewürzter Tomatensaft. Der hat einen Apfelpektin mit drin, was im Magen aufkühlt, dass man weniger Hunger hat. Und das sind aber einfach zwei Geschmacksvarianten, unter denen man dann wählen kann. Also süß oder herzhaft. Oder herzhaft, genau. Das sind so die zwei Richtungen. Kostet 53,75 Euro. Komplett, langt für zehn Tage, steht der drauf. Genau. Und da ist das Glas mit dabei. Und das ist ein ganz, ganz wichtiges Glas. Früher, ganz, ganz früher, als ich angefangen habe zu lernen, gab es das Rezept mit Esslöffeln. Jetzt können Sie sich vorstellen, diese Säfte immer mit Esslöffeln abgemessen, das war meist schon ein Krampf. Jetzt mal jeder hat einen anderen Esslöffel. A, das und B, es war mehr auf der Küchenplatte dann, wie es dann letztendlich im Glas war. Und dann hat sich die Firma Schöneberger doch tatsächlich Gedanken gemacht, hat das Glas entwickelt. Ich fülle also immer bis zu den Teilstrichen mit den entsprechenden Säften auf und habe so meinen Shake, den ich einmal morgens und einmal abends trinke. Genau. Und Sie mal so lieb sind, das Glas mal kurz auf dem Boden, nee, 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 nicht am Boden halten, einfach mal gegen den Boden halten. Dann ist es ein bisschen dunkler, dann sieht man es nämlich, nee, nee, passt, ich kann es lesen. Also oben steht Artischocke, Brennnessel, Kartoffel und unten Fast to Fit. Das heißt, eigentlich muss ich nur noch lesen, einfüllen, einen Strich. Ja, ja, geht halt wirklich ganz, ganz schnell mit den Esslöffeln. Das war immer Riesensauerei. Und hier fülle ich halt wirklich nur meinen Fast to Fit Saft, also Tomatensaft ein. Das Glas dabei, oder? Das ist dabei, ja, ja, genau richtig. Das ist mit drin. Und sollte es zu Bruch gehen, wir hätten auch Ersatzgläser dafür. Super. Das heißt, hier habe ich ein Set. Wenn Sie also nichts haben, was Sie Ihrer Frau schenken, schenken Sie bitte einen Schönenberger, nee, Schönenberger-Schlankheitskur-Set für zehn Tage. Gibt es in fruchtig und in herzhaft. Einmal mit dem Tomatensaft und einmal mit Möhre-Mango. Ganz wichtige Inhaltsstoffe mit drin. Drei Spezial-Säfte. Der Kartoffelsaft, der Artischockensaft, der das Hungergefühl, nee, die Fettverdauung verbessert und lesen. Und der Brennnesselsaft, der Sie wieder macht wie neu geboren. Neugeboren, genau, richtig, ja. Fast so. So in der Art und Weise, ganz genau, ja. Und das Ganze kriege ich in jedem Reformhaus von Escher? Das gibt es in jedem Reformhaus Escher. Am allerliebsten natürlich bei uns. Das ist ja mal ganz klar. In Neunkirchen, meinen Sie? In Neunkirchen im Saarpakt-Center hier, genau. Aber ansonsten natürlich auch bei allen Kolleginnen in Baden-Württemberg, in Rheinland-Pfalz und im kompletten Saarland. Jetzt dürfen Sie im Saarland nochmal aufzählen, weil dann sind die sauer und sagen, am liebsten hier bei mir in Neunkirchen. Nee, das ist ja nicht so. In Saarlouis haben wir was. In Saarlouis haben wir was. Wir haben es in St. Ingbert in Dillingen, zweimal in Saarbrücken, einmal in Homburg. Habe ich wen unterschlagen, der ist vertraglich. Und die in der Pfalz noch, wo sind die? In der Pfalz habe ich in Kaiserslautern. Ich habe in Kaiserslautern zwei Filialen. Ich habe in Zweibrücken, ich habe in Mannheim. Okay, das langt. Das ist auf dem Heft, denn auf der Rückseite, da sind nämlich alle drauf mit allen drum und dran. Das Heft kriegen Sie in jedem Escher Reformhaus ja kostenlos mit dazu. Also das Heft kostet nichts, ist sehr informativ. Und wenn Sie vielleicht in der Apotheke sind, holen Sie sich die Apotheken um, schauen Sie gerade das Reformhauskurier gerade mitnehmen. Und am besten lassen Sie noch Ihre ganzen Ersparnisse hier und werden Sie gesund, zusammen mit der Frau Hohmann vom Reformhaus Escher. Wichtig auch noch, sehr preiswert. Also viele denken Reformhäuser unglaublich teuer. Genau das Gegenteil ist der Fall. Man muss immer das Gleiche mit Gleichem vergleichen. So sieht es aus. Äpfel mit Birnen, das klappt nicht. Also man muss schon immer gucken, dass sich Qualität und Produkt, dass das übereinstimmend ist, was ich vergleiche. Und wenn man das tut, dann kann ich wirklich behaupten, dass wir im Reformhaus gar nicht so... Es gibt gar nichts anderes übrig. Die Preistanzungen, man kann es im Internet nachgucken und so weiter. Ich sage mal, die Leute sind ja auch nicht blöd. Die gucken ja nach, was kostet das und so weiter und so fort. Das heißt, Sie sind voll im Wettbewerb angekommen. Ja, absolut. Das ist ganz klar. Das ist aber auch natürlich. Ich denke, Internet lässt sich nicht aufhalten. Was wir hier vor Ort zu bieten haben, das bietet Ihnen keinen Internetshop. Wir haben hier die fachkundliche Beratung. Das gibt es im Internetshop nicht. Also dort kann ich lesen, was haben die Kunden gesagt, die Rezessionen. Kann ich dann glauben oder auch nicht. Die Stimme ist ja, wenn das nicht funktioniert, Sie kriegen das ja hier noch um die Ohren gehauen. Ja, anschließend. Die können ja hier vorbeikommen, können sagen, hier Frau Hohmann, ja, hat alles nicht funktioniert. Klar, und wenn das vorkommen sollte und das öfter passiert, dann nehmen Sie die Sachen aus dem Programm, richtig? Wenn irgendwas nicht funktioniert, wenn irgendwas nicht passt, ganz klar. Und ich bin froh über jede Rückmeldung, sowohl positiv als auch negativ. Weil negativ, wenn ich es nicht gesagt bekomme, kann ich nichts ändern. Das ist immer so. Beziehungsweise, es ist oft so, dass das Produkt dann einfach nicht passend war für den Kunden. Kann ja auch sein. Das funktioniert anders. Genau, das kann bei vielen funktionieren und bei denen jetzt nicht und kommt vor. Aber wo gehobelt wird, da fliegen Sperne, sage ich immer. Es passt nicht immer alles für allen, aber da kann man ausprobieren. Aber Sie haben ja noch 5000 andere Sachen. Man wird gar nicht mehr fertig. Wir werden das Passende finden. So sieht es aus, ganz genau. Tschüss, Frau Hohmann. Alles Gute. Öffnungszeiten, Neunkirchen, Saarbergcenter? Von 9 bis 20 Uhr, von Montag bis Samstag. Genau, durchgehend. Montag bis Samstag. Die haben keine Pause hier, deswegen sind auch so viele Kollegen da. Also, kaufen Sie die schönen Berger Schlankerzkur für 10 Tage, für knapp über 50 Euro und werden Sie glücklich und gesund und verlieren Sie ganz viele Funde. Tschüss. Ciao. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.